Hier ist Übermensch Radio. Diese Radio ist der einzige Radio, das die Ende der Welt überlebt hat. Aber wir haben noch keine Ahnung, was wir mit dieser Station machen wollen. Wir brauchen ein bisschen Musik. Du Eckart, mach eine kleine Musik. Wir brauchen eine Karre. Wir brauchen ein Motorrad. Der Land ist so groß und ich heiße Konrad. Ich fahre, ich fahre so schnell wie der Wind. Ich fahre, ich freue mich so sehr wie ein Kind. Arriba! Wir brauchen einen Wagen. Es gibt gar nichts zu fragen. Warum stehst du hier noch? Jemand läch doch deinen Arschloch. Wir fahren so schnell. Fahren so schnell wie der Wind. Wir fahren... Eckart. Wir fahren... Ok, Eckart, das ist genug. Ok, tut mir leid. Übermensch Radio. Ist dein Fahrzeug alt und dreckig? Dann spritz darauf. Mit unserem neuen Spritz-Darauf-Polierer wird deine Karre so gut wie neu. Nur eine kleine Handbewegung und boom, du hast darauf gespritzt. Es ist jetzt so gut wie neu. Ruft uns an. Und wenn du noch jetzt uns anrufst, dann geben wir dir ein extra Schwarmdoch dazu. Spritz darauf. Übermensch Radio, FM 97.5 Der harteste Radio aller Zeiten. So, meine lieben Leute, wir haben einen wunderschönen Wetter heute. Ich bin so froh, dass ich hier arbeiten kann. Ich bin Hans Zimmermann und ich liebe euch alle. Dieser Wertplatz ist der beste. Ich habe kein Geld, aber die Boss bezehrt mich mit Hundefutter. Hundefutter ist so lecker. Ich habe eine gute Story für euch. Wenn ich jung war, lange bevor der Ende der Welt, wir hatten mit meiner Freundin eine riesengroße Party. Wir waren so besoffen. Wir kotzten, wie die Schweinehunde tranken Bier. Wir hatten so viel Spaß. Heute aber kannst du größtenteils nur diesen ungarischen Bier trinken. Lognal oder was. Das ist aber nicht sehr gut. Übermensch Radio, FM. Übermensch Radio, der beste Radio aller Zeiten. Himmel, Donner, Wetter, Schmusenschwein. Ich muss dringend ein zweitakter Fahrzeug benutzen. Jemand bitte gebt mir ein zweitakter jetzt. Ich muss dringend auf dem Toilett, aber ich fahre nur mit einem zweitakter Fahrzeug in den Toilett hinein. Heilige Scheiße Toiletten Busenhalter. Nur zum Nachrichten. Deutschland ist immer noch der beste Land aller Zeiten. Es hat Sand, aber auch wenige Bäume. Ja, ihr habt es gut gehört, die Perra. Deutschland hat noch einen kleinen Wald. Werbung. Rufen Sie jetzt an, wenn Sie eine Gummipuppe kaufen wollen. Wir haben noch eine übrig und sie hat auch ihre Füße. Ich sage euch, Deutschland hat alles, was ihr möchtet. Konrad, du Mistflieger, du feige Sau, wo bist du? Übermensch Radio, wir sind die Helden. So, guten Tag allerseits. Ich bin so froh, dass ihr unsere Radio anhört. Ich mag keine Hasen. Ich mag Hasen nur für Abendessen. Wo ist mein Gewehr? Ich habe die letzte Nacht nur noch Hundefutter gegessen. Gott Dank sei, dass noch so mange Konserven da sind, dass man essen kann. Oh, übrigens. Was ist euer Lieblingsfutter? Was magt ihr am besten? Schreibt uns oder ruft uns an. Naja, wenn ihr ein Telefon hat, das noch funktioniert. Wir sind stolz, Ihnen der neue Falkenberger zu präsentieren. Der neue Falkenberger ist besser als alle anderen Autos. Es ist schnell, wendig, bequem, ausdauernd und robust. Natürlich ist es ein echter Zweitakter. Alle Mädchen werden nass, wenn sie diesen Sound hören. Sind Sie ein echter Casanova? Haben Sie viele hübsche Mädchen? Dann ist der Falkenberger gewaltig innen gebaut worden. Alle Weiber passen in das Auto drin. Er ist stark. Er ist groß. Anschnallen bitte, es geht los. Der neue Falkenberger. Übermensch Radio FM 97.8 Hier ist der Übermensch Radio. Ich bin Hans Zimmermann aus Deutschland. Der beste Land aller Zeiten. Schmetterling, Himmel, Donner, Wetter. Heute ist es sehr heiß. Heißer als in einem Ofen, das in Deutschland gebaut worden ist. Das ist in meiner Wiener Schnitzel. Ich muss ganz dringend Pipi machen, sonst kann ich nicht Radio machen. Ich möchte nicht in der Studio Pipi machen. Och Gott im Himmel, warum ist es so heiß heute? Was ist denn nun schon wieder los heute? Ha? Hört ihr mich Leute? Was ist nun heute los?